So, und weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Rabben. So, lieber Benga, was hast du denn noch so zu erzählen? Und lassen uns kleine Bauern für das, was er hier abzieht, bluten. Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren und nicht, um den Hof zu verteidigen. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Una schickt zumindest ab und zu mal Söldner, um nach dem Rechten zu sehen. Was hast du gegen die Königstruppen? Liegt doch auf der Hand. Es hat überhaupt keine Verbesserung gebracht, dass die Paladine jetzt in der Stadt sind. Ganz im Gegenteil. Jetzt kommen diese verfluchten Milizen nur noch häufiger auf unser Land und rauben, was das Zeug hält. Und die Paladine machen nichts dagegen. Die einzigen Paladine, die ich je gesehen habe, sind die beiden Wachen vor dem Pass. Die würden sich keinen Meter da weg bewegen, auch wenn die Miliz uns alle abschlachten würde. Hm. Ist hier in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das seltsamste ist wohl Pardos' rätselhaftes Verschwinden. Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht. Verstehst du? Was genau ist in seinem Verschwinden so merkwürdig? Pardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernen. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen. Ach, widerlich. Man gewöhnt sich dran. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streuen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Es sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Wo ist dieses Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Vielleicht hat er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. So, dann ist ihm sein Pardos also verschwunden. Warten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Was ist denn das für eine blöde Frage? Was wäre das für Banditen, wenn sie keine Waffen hätten? Ich meine richtig viel Waffen. Eine Waffenlieferung. Stimmt. Jetzt, du sagst es. Sie hatten Massen davon bei sich. Einige in Fässern, einige in Taschen oder auf dem Karren, den sie dabei hatten. Interessant. Der Pass? Ja, der Pass ins alte Minental bei den Wasserfällen am anderen Ende des Weidenplateaus. Frag mal Malak danach. Er ist die letzte Woche ein paar Mal da gewesen. Malak. Dennoch müssen wir uns merken. Hast du was dagegen, wenn ich hier reingehe? Ne? In der Stadt sind die alle so böse. Und hier ist es richtig entspannt. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ja, warum nicht? Jetzt ist unsere Lebensenergie wieder voll. Ich werde natürlich versuchen mitzunehmen, was geht. Ich glaube, wenn wir hier rumeiern, haben die... Hier gibt's nix. Sehr schade eigentlich. Naja, kein Problem. Ähm... Jo. Wir werden uns mit den Banditen anlegen, aber... Naja, was heißt anlegen? Ich weiß es noch nicht. Banditen mit einer Waffenlieferung. Das kommt uns so vertraut vor. Da hatten wir doch die ein oder andere Aufgabe. Aber ich möchte... Hier hinten, da hinten sieht man schon, ist der Pass vom Tal. Stellen wir mal die Sichtweite hier ein bisschen weiter ein. In der Stadt kann man das ein bisschen runterschrauben. Das Spiel verträgt nämlich das eine oder andere nicht so. Hier ist noch einiges am Leben. Ja, ihr seht, warum ich ganz gerne... Für die Scavenger möchte ich eigentlich ungerne... Sowas wie Magiezeug verschwenden. Ich will es einfach mal probieren. Auch keine Ressourcen oder so. Oder sehr ungern. So, den locken wir jetzt von seinem Kumpel weg. Das ging relativ einfach. Aber ich glaube, den Lurker... Entweder werde ich mich für den Lurker heilen... Naja, ein paar Kräuter kann ich schon nehmen. Und jo... Wenn meine Energie dann... Ups... Falsches Kraut gefressen. Ähm... Wenn meine Energie dann doch relativ fertig ist... Werde ich mich wieder eine Runde hinlegen bei den Bauern. Die sind ja relativ freundlich. Na komm her. Na komm her. Ja, die Lurker sind schon echt eine Nummer hart. Eine Nummer härter, Entschuldigung. Aber das kriegen wir hin. Da vorne ist dieser Malak, von dem der Benga gesprochen hat. Der gehört zu seinem Hof. Der gehört aber noch woanders dahin. Das werden wir gleich erfahren. Und da hinten ist auch eine Markierung, wie man von Weitem schon so ein bisschen erkennt. Da müssen wir auch hin. Ah, nee, Ghan. Stimmt. Ziemlich weitläufig euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Wer bist du? Mein Name ist Ghan. Ich bin Jäger und arbeite für Benga, den Bauern hier auf dem Weidenplateau. Ich bin meistens hier draußen und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagita. Sie ist die Heilerin der Bauern und der anderen Bewohner außerhalb der Hafenstadt. Ein recht seltsames Frauenzimmer. Niemand geht wirklich gerne zu ihr und alle zerreißen sich gerne das Maul über sie. Aber wenn du krank bist, findest du keine bessere Hilfe als Sagita und ihre Heilkräuterküche. Du findest sie in dem Waldstreifen hinter Sekops Hof. Interessant. Ich muss ja nur hauptsächlich Schnauben und Kratzen hören. Aber ich habe gesehen, was es anrichten kann. Selbst Wölfe sind vor ihm nicht sicher. Einem hat das Biest sogar den Kopf abgebissen. Oha. Was würdest du zahlen, wenn ich das hier für dich erledige? Ich würde demjenigen, der es tötet, alles geben, was ich entbehren kann. 30 Goldstücke. Ist nicht viel, aber... Können wir gebrauchen. Weiß aber ganz schön Bescheid dafür. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kein Problem. Für 100 Goldmünzen könnte ich dir zeigen, wie du die Tiere, die du erlegst, ausweiden kannst. Fälle und andere Tiertrophäen bringen eine Menge Geld auf den Markt. Ne. Warum schaust du so ernst? Du trägst unseren Aquamarin-Ring. Du gehörst zum Ring des Wassers? Allerdings. Endlich wieder ein neues Gesicht in unseren Reihen. Was ist deine Aufgabe beim Ring des Wassers? Ich halte für uns den Eingang zum Pass im Auge. Wer reingeht und wer rauskommt. Seit die Paladine das Tor zum Pass verschlossen haben, tat sich da allerdings recht wenig. Schon etwas von den vermissten Leuten gehört? Natürlich. Deswegen sollten wir ja auch alle die Augen aufhalten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht sehr viel davon mitbekommen. Mit den F1, F2, F3, F4 Tasten kann man die Sichtweite ändern. Was macht denn das letzte Tier seit der Nacht? So, so. Garn ist also im Ring des Wassers. Interessant. Die Paladine lassen uns nicht durch. Da brauche ich es gar nicht erst zu versuchen. Können wir eigentlich schon Sprache übersetzen? Steht das hier irgendwo? Schleichen, Taschentücher, Hohen, Schmieden, Tiere ausweiten, gelernt. Ich will mal was gucken. Was habe ich denn hier? Armbrustschützen 1. Geschick. Lebensenergie 2. Einhand- und Armbrust. Würde ich gerne nochmal ein bisschen aufheben. Aber den Rest kann ich ja schon benutzen. Das ist kein Problem. So, bevor ich jetzt hier weitermache, würde ich aber gerne noch speichern, weil es langsam gefährlich wird. Vor allem das schnaubende Tier. Das... Ich weiß, was es ist. Das ist ein schnaubender Drachensnapper. Das Vieh... Also es ist wirklich hart, wenn wir das packen. Vor allem super fürs Geschäft, aber... Gut, dass ich gespeichert habe. Ich habe mich nämlich schon tot gesehen. Aber wir haben es hingekriegt. Das ist gut. Da ist noch eine Inus-Statue. Da können wir später beten. Aber vorher möchte ich gerne noch beim Sekop... nochmal ins Bettchen gehen. Weil knapper wird es nicht. Elf Lebensenergie. Puh. Und... Ja. Mit so einer Lebensanzeige können wir ruhig bis zum nächsten Morgen pennen. Es gibt ja tagsüber keinen Respawn. Das ist ja kapitelbedingt. Finde ich persönlich eigentlich ganz geil. Also gefiel mir an dem Spiel sehr. Weil was tot ist, war tot. Und... Ja. Wir müssen hier auf jeden Fall noch mehr machen. Ich habe die Uhr natürlich im Auge. Von daher... Von daher... Ähm... Das Weidenplateau geht eigentlich nur hier diese Klippen entlang. Also da hinten, wo die Bäume sind, ist auch so ein bisschen Schluss. Deswegen gehe ich zurück und mache dann so meine Runde, damit ich in keine... Überraschende... Falle rein tappe. Na, komm her. So, dann komm mal her. Was machst du da? Du hast hier nichts zu suchen. Ich bin hier am... Ich will hier in Ruhe meine Lörker und alles klatschen. Was war das denn? Das war ein schwacher Feuerball. Na, komm her. Na, komm her. Es war so klar. Aber warum hat der Feuerball so wenig Schaden gemacht? Ach, hier haben wir gespeichert. Das ist natürlich nicht so geil. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal wieder machen. Zum Glück haben wir mit den Jungs hier schon gesprochen. Irgendwie will's gerade nicht, aber das macht nix. Try and Error ist im ersten Kapitel eigentlich genau das. Wo man halt durch muss. Wie viel Feuerball? Ja, drei habe ich noch. Kein Wunder. Der ist jetzt aber ganz schön aggressiv. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr... ...und ein bisschen mehr Leben reingehen. Und ein bisschen mehr Leben reingehen. So, ich versuche jetzt die Dingsbums hier noch zu klatschen. Die beiden... ...Scavenger. Aber wirklich jetzt speichern, bevor ich jetzt wieder verrecke. Dann machen wir wenigstens etwas... ...kleinen... ...Fortschritt. So, gehen wir mal zwei, drei Schritte zurück. Dann komm mal her. Garn, was machst du denn da? Vollidiot. Ihr wollt eigentlich ich killen. Ein Mistvieh weniger. Okay. Das Vieh ist da unten. Lass es. Wir beten hier später, aber wenn wir full life sind. An jedem Schrein sollte man pro Tag mindestens mit 100 Goldmünzen beten. Das macht uns zwar arm, aber dafür steigern sich... ...steigern unsere Werte. Jetzt machen wir dem die Schafe kaputt. Ich glaube, dann kriegen wir böse aufs Maul. Wie, du stehst direkt vor mir, du Lappen. So, die beiden Feldräuber... ...äh, die beiden Lurker würde ich gerne in diesem Part noch machen. Bevor wir uns dann weiter rantrauen. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte einfach mal wieder richtig Lust auf Gossip 2, die Nacht des Raben. Ich weiß nicht, das Spiel beruhigt mich. Das macht mir wirklich viel, viel Spaß. Der bleibt da stehen. Das kann mir gut... Das gefällt mir. Bleib stehen. Ja, der hat jetzt mehr Damage gefressen. Keine Ahnung, warum der eben so viel Damage... ...äh, so wenig Damage genommen hat von dem Feuerball. Ja, jetzt sieht das schon wieder ganz anders aus. Hör, du Lümmel. Gut. Dann wollen wir hier mal... ...lostigern. Silberne Schale. Okay. Ja, beeindruckendes Wasser. Aber hey, das Spiel ist von 2000. Und wir kommen da nicht durch. Och, Menno. Aber na gut. Ist okay. Ich freue mich da so ein bisschen aufs Minental, muss ich gestehen. Ähm. Ich werde die Aufnahme beenden. Dann sehen wir uns hier wieder. In der Zwischenzeit gehe ich zu Benga auf den Hof. Ach nee, komm. Das mache ich jetzt noch. Geh nochmal auf den Hof. Geh nochmal pennen. Und dass unsere HP wieder voll sind. Und dann erkunden wir den Wald mal weiter. Ich muss mir echt was überlegen für dieses schnaubende Tier. Das ist natürlich 30 Gold. Ich will dafür... Es sind massiv viele XP, die wir bekommen, wenn wir das klatschen. Die Frage ist nur, was bin ich bereit dafür zu investieren. Dann würde ich nämlich hier mal speichern. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Jo, bis dann. Und dann... Ich kann esFit...